Deine Periode ist ausgeblieben? Das kann nervös machen, das verstehe ich. Bevor du aber jetzt 20 Schwangerschaftstests machst, kommen hier einige Erklärungen, warum es zum Ausbleiben der Periode kommen kann, auch ohne, dass man schwanger ist. Viel Spaß bei dem Video. Tatsächlich trifft das früher oder später natürlich jede Frau. Denken wir nur mal an die Wechseljahre, dann ist es natürlich so, dass irgendwann die Periode ausbleibt, ganz physiologischerweise. Physiologisch ist zum Beispiel auch, habe ich gerade erwähnt, während der Schwangerschaft oder auch der Stillzeit. Die zwei müssen wir also einmal ausklammern. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele natürlich zuerst zum Schwangerschaftstest greifen, wenn die Periode einmal ausbleibt. Die Nervosität steigt natürlich von Tag zu Tag. Es gibt aber auch noch viele, viele andere Gründe. Wir Güns, wir sprechen von sogenannter Amenorrhoe, also das Ausbleiben der Mens, der Menstruation. Und dabei unterscheiden wir nochmal in eine primäre Amenorrhoe, bedeutet die Periode war noch nie da. Und die sekundäre Amenorrhoe bedeutet, Periode war da und jetzt irgendwie nicht mehr. Ich möchte mich heute auf die sekundäre Amenorrhoe fokussieren. Für die primäre Amenorrhoe, die auch super wichtig ist abzuklären, gibt es unzählige Gründe. Das würde hier heute aber einfach den kompletten Kontext sprengen. Ich blende euch hier mal so ein paar Auszüge ein von Gründen für eine primäre Amenorrhoe. Eins möchte ich euch aber da lassen, gerade die Mütter, die vielleicht auch Kinder haben in dieser Region, wo es jetzt darum geht, ist das jetzt eine primäre Amenorrhoe, muss ich noch warten oder kommt die Periode irgendwann. Wenn dein Kind älter als 15 ist und die Periode war noch nie da und das Kind ist sonst normal entwickelt, dann solltest du das abklären lassen. Ist dein Kind 13 Jahre und zeigt null Anzeichen für eine Pubertät, also kein Brustwachstum, keine Behaarung etc., dann solltest du das auch dringend abklären lassen. Faustregel ist auch, dass ca. ein Jahr nach Einsätzen des Brustwachstums die Periode kommen sollte. Sind drei Jahre vergangen, solltest du auch mit deinem Kind zur Abklärung gehen. Das nur mal kurz vorweg, jetzt konzentrieren wir uns auf die sekundäre Amenorrhoe. Und hier gibt es auch viele Gründe außerhalb der Schwangerschaft, auch wenn man reflexartig immer zu den Schwangerschaftstests greift. Du musst dir aber einiges immer wieder überlegen und das ist in der Medizin sehr oft so. Wie kommt eigentlich so ein Zyklus zustande? Was sind da für Organe beteiligt? Und an diesen Organen und an diesen Abschnitten können natürlich auch Störungen passieren. Nehmen wir einfach mal diesen Bereich hier, also das Gehirn und die Hirnanhangstrüsen. Hier können natürlich unzählige Störungen stattfinden. Die Stresskeule erkläre ich gleich, aber auch übermäßiger Sport. Und Leistungssportlerinnen haben oft eine sekundäre Amenorrhoe. Essstörungen können auch zu einer Amenorrhoe führen. Führt alles dazu, dass der Hirnstamm nicht mehr funktionieren möchte. Er reguliert also runter, denn der Zyklus ist etwas, was sehr viel Energie kostet. Und wenn du auch zurückblickst, jetzt mal in die Evolution, wir waren irgendwie mal Steinzeitmenschen, dann war natürlich so ein Zyklus, der wahnsinnig viel Energie kostete, das Erste, was so ein Körper runterfährt, um Energie zu sparen. Haben wir also wenig Essen oder müssen gerade unglaublich funktionieren, Thema Stress, Thema Leistungssport, dann wird der Zyklus automatisch als erstes System im Körper runtergefahren. Weil der ist jetzt erstmal nicht wichtig. Fortpflanzung ist wahnsinnig energieaufwendig. Das heißt, auch Frauen, die einen regelmäßigen Zyklus haben, ist ein absolutes, sie würden mir widersprechen, aber es ist eigentlich ein absolutes Privileg, denn wir wissen ganz genau, wir haben genug Nährstoffe, Nährstoffe, wir haben aktuell so wenig Stress, in Anführungszeichen, dass so ein Zyklus zustande kommt. Also eigentlich ist es ein Ausdruck dafür, dass man ziemlich gut dasteht momentan. Dann haben wir natürlich neben diesem Gehirn noch andere Organe. Eine Schilddrüse zum Beispiel, eine Nebenniere, aber auch die Eierstöcke, die auch Funktionsstörungen haben können. Also auch auf dieser Ebene kann irgendwas passiert sein oder passieren, dass so ein Zyklus zum Erliegen kommt. Und ich will mit euch jetzt nochmal so ein paar Punkte abstecken, wo ihr euch wahrscheinlich wiederfinden werdet. Und vor allen Dingen mal klären, muss ich überhaupt jetzt ein einmaliges Ausbleiben der Periode abklären? Kriege ich sehr oft den Anruf in der Praxis? Meine Periode ist ausgeblieben. Ich nehme die Pille, habe sonst immer meine Abbruchblutung oder ich habe sonst immer mein Schweizer Uhrwerk. 28, 30 Tage. Jetzt ist es einmal ausgeblieben. Ich möchte gerne vorbeikommen, um das abzuklären. Also auch hier müssen wir drüber sprechen und natürlich auch entsprechend, was kann man dagegen dafür tun, dass es wieder losgeht. Und das ist ja vielleicht ein Punkt, den wir direkt mal ansprechen können. Ab wann muss ich das eigentlich abklären? Und da gibt es auch eine relativ gute Faustregel. Wenn du sonst einen relativ regelmäßigen Zyklus hast, 25 bis 35 Tage, Monat für Monat, kommt es zur Periode. Und du hast jetzt ein Ausbleiben der Periode, dann ist das überhaupt kein Grund, das abzuklären. Ab drei Monaten, also wenn es ein Vierteljahr wirklich ausgeblieben ist und du hast vorher einen normalen Zyklus, dann solltest du einmal deine Gynäkologin, deinen Gynäkologen anrufen und das Ganze abklären lassen. Bei ein- oder zweimaligem Ausfall kein Problem. Hast du total unregelmäßige Zyklen, mal sind es 90 Tage, mal sind es 50 Tage, mal 40, mal 20 und so weiter, dann solltest du eine Abklärung machen, wenn es über sechs Monate zu einem Ausfall der Periode kommt. Also dann ist diese Zeit noch mal länger. Ja, natürlich, das sind unregelmäßige Zyklen per se erstmal etwas, was man abklären sollte, warum ist es überhaupt unregelmäßig. Aber wenn du das jetzt schon dein Leben lang kennst und eigentlich damit gut klarkommst und nichts irgendwie therapiebedürftig ist, dann sollte man nach sechs Monaten dann doch mal gucken. Die Gründe. Jetzt reden wir mal über die Gründe. Was ist da überhaupt los mit meinem Körper, wenn auf einmal die Periode ausbleibt? Ich habe es schon so ein bisschen angerissen und es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Gründe. Aber ich möchte mal so die Klassiker hier abstecken. Und ein Klassiker ist heutzutage einfach Stress. Müssen wir einfach so sagen. Wenn deine Gynäkologin zu dir sagt, ja, das ist bestimmt stressbedingt, dann ist das keine Floskel, sondern tatsächlich endokrinologisch erklärbar. Und das habe ich auch schon hier auf dem Kanal öfter erklärt. Und Schuld ist, in Anführungszeichen, das liebe gute Hormon Progesteron, das Gelbkörperhormon. Und natürlich die Stresshormone, allen voran Cortisol, die jetzt vermehrt produziert werden wollen. Und das ist im Körper oft so, wenn von einem sehr viel verlangt wird, dann nimmt er sich das von irgendwo anders weg. Und Progesteron ist ein super Grundbaustein, rein chemisch, für Stresshormone. Also nimmt der Körper sich das Progesteron-Ausgangsmolekül weg und baut daraus Stresshormone. Was passiert? Progesteron fehlt dem eigenen Zyklus. Es kommt zu verlängerten Zyklen. Es kommt zum Ausfallen der Periode. Und das ist, warum Stress einen unfassbaren Einfluss auf den Zyklus hat. Ja, und ich weiß, Stress haben wir alle. Und das geht mir nicht anders. Und ich frage dann immer, gibt es besonderen Stress? Gibt es Stress außerhalb des normalen stressigen Alltags? Und da kommt man dann schon immer ein bisschen in die Tiefe und merkt, okay, da war jetzt ein Hausverkauf, da wurde ein Umzug, was weiß ich. Und da kann man natürlich schon diese Stresskeule rausholen und es als Erklärung bringen. Und hier ist natürlich die Therapie auch entsprechend einfach, denn meistens reguliert sich das dann von alleine. Untergewicht, Leistungssport sind zwei Punkte, habe ich gerade schon erklärt. Da wird jetzt Energie eingespart. Im Körper steht wahnsinnig wenig zur Verfügung und es kommt zu einer sogenannten hypothalämisch-hypophysären Insuffizienz. Also, sagen wir mal so, das Gehirn wird einmal runtergefahren. Alles, was mit dem Zyklus zu tun hat, kommt zum Erliegen. Das kann natürlich erhebliche Gesundheitsgefährdungen darstellen, muss man einfach so drastisch sagen. Denn die Hormone haben ja im Körper eine Funktion, wenn wir nur an die Befeuchtung auch von Gelenken, Muskulatur oder eben auch Knochenwachstum denken. Also, das ist natürlich etwas, was gut abgeklärt und auch gut therapiert werden muss, wenn das länger anhält. Ähnliches gilt übrigens auch bei chronischen, auch recht zehrenden Erkrankungen. Auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen können dazu führen, dass der Zyklus zum Erliegen kommt. Auch hier müssen wir uns immer wieder das Beispiel mit der Energie vergegenwärtigen. Einfach, der Körper hat gerade so viel mit irgendwelchen chronischen Entzündungsprozessen zu tun, dass Energie gespart wird und der Zyklus wird einfach eingestampft. Also auch hier, wenn du eine chronische, heftige Erkrankung hast, auch wenn du heftig erkältet bist. Selbes Prinzip. Und wir kennen es alle aus der Covid-Pandemie oder auch der Impfung oder diversen Impfungen. Es kann dazu führen, dass 1, 2, 3 Monate der Zyklus komplett verrückt spielt. Und das liegt oft daran, dass man gerade vom Immunsystem mehr verlangt, als von dem weiblichen Zyklus. Das sind alles Erkrankungen, die die Hypophyse betreffen. Ich blende euch hier diese Erkrankung nochmal ein. Jetzt gibt es aber auch eine Erkrankung einer anderen Hirnstruktur, dem Hypothalamus zum Beispiel. Bleiben wir bei dem Gehirn. Auch eine Schilddrüse hat Einfluss auf diesen Bereich. Also eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hat erhebliche Folgen auf den weiblichen Zyklus. Also muss das auch gut abgeklärt sein. Und dann noch etwas, um das Gehirn abzuschließen. Was wir auch immer mal wieder sehen, das ist ein kleiner Tumor, was gutartig ist, ein gutartiges Geschwulst an der Hypophyse. Und das Ganze drückt auf einen Bereich, der für ein Hormon zuständig ist. Das Prolaktin, das Stillhormon in Anführungszeichen. Wenn das viel ausgeschüttet wird, das Kennstillende, fährt der Zyklus runter. Und dieses Prolaktinom kann eben sowas auslösen, dass sehr viel Prolaktin ausgeschüttet wird und der Zyklus kommt zum Erliegen. Also auch hier eine hormonelle Störung, die mit dem Gehirn etwas zu tun hat. Was wir oft in der Praxis auch sehen, das sind sehr unregelmäßige Zyklen oder wirklich ein Erliegen des Zyklus im Rahmen des PCO-Syndroms. Wer jetzt nicht weiß, was das PCO-Syndrom ist, dieses Video ist dann Pflicht. Lektüre wollte ich schon sagen. Pflichtvideo einmal anschauen. Wir haben fast täglich damit zu tun, in der Praxis ein häufiges Syndrom, was auch gut therapiert werden sollte. Und dann gibt es noch eine sogenannte primäre ovarielle Insuffizienz. Das bedeutet, dass die Eierstöcke leider die Funktion verlieren und das Ganze zu früh. Wir erkennen das in den Wechseljahren. Irgendwann fährt die Eierstocksfunktion runter. Und das kann aber auch zu früh passieren. Und das Ganze nennt man primäre ovarielle Insuffizienz. Habe ich noch kein Video zu gemacht. Wenn das gewünscht ist, schreib es mir mal unten in die Kommentare. Das ist ein sehr nischiges Thema. Aber trotzdem haben wir schon ab und an mal damit zu tun. Keine Angst, ich komme gleich noch zur Pille, weil viele haben natürlich auch jahrelange Pilleneinnahme. Alles funktioniert wunderbar. Pillenpause, Blutung kommt. Und irgendwann erliegt das Ganze. Da möchte ich gleich noch zu kommen. Einen anatomischen Grund möchte ich vorher noch wegnehmen. Wenn du jetzt viele Ausschabungen zum Beispiel hattest, warum auch immer, dann kann es zu einem sogenannten Aschermann-Syndrom kommen. Und das bedeutet, dass die Gebärmutterschleimhäute wie eine dicke Narbe zu verstehen sind. Und vernarbtes Gewebe kann sich nicht mehr auf- und abbauen. Und da kann es auch zu einer Amenorrhoe kommen. Im schlimmsten Falle. Sogenannte Aschermann-Syndrom. Heutzutage wirklich weniger geworden. Aber es gibt es immer noch. Und eins möchte ich noch erwähnen. Es gibt so viele Gründe. Aber eins muss ich noch erwähnen, weil es tatsächlich auch einige trifft. Hast du vielleicht während der Geburt relativ, oder nicht nur relativ, sondern sehr stark geblutet, dann kann das für dein Gehirn eine Art Schockzustand sein und fährt sich runter. Das sogenannte She-Hen-Syndrom. Also aufgrund der starken Blutung, aufgrund des starken Blutentzugs, auch im Bereich der Hypophyse, kommt ein langfristiger Schaden zustande, sodass der Zyklus auch langfristig beeinträchtigt werden kann. Hast du vielleicht noch nie gehört, das She-Hen-Syndrom? Es ist aber gar nicht so selten. Und gerade bei Frauen, die stark geblutet haben, entweder bei Geburt oder bei einer anderen schlimmen Erkrankung, darauf achten, das könnte dieses Syndrom sein. So, dann nochmal zur Pille. Ich habe es gerade erwähnt, es gibt Frauen, die haben über Jahre eine Pilleneinnahme und irgendwann passiert es nicht mehr mit dieser Entzugsblutung. Und da ist Folgendes passiert, man hat die Gebärmutter-Schleimhaut atrophiert, nennen wir das. Also die ist verkümmert, wenn man das so möchte. Also baut sich gar nicht mehr unter den künstlichen Hormonen ein bisschen Schleimhaut auf und blutet dann durch den Hormonentzug ab, sondern es passiert gar nichts mehr. Und das kann tatsächlich auch nach dem Absetzen noch lange, lange Zeit passieren. Das nennt man dann Postpill-Amenerö. Gar nicht so selten und kann sehr, sehr, sehr lange dauern. Und ich meine, ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, ich kram es euch raus, wenn ich es finde, dann blende ich euch hier ein. Postpill-Amenerö, also auch gar nicht so selten. So, zur Diagnostik. Jetzt komme ich als Gynäkologe ins Spiel. Was machen wir denn da eigentlich? Und das Wichtigste, das aller, aller, aller Wichtigste ist erstmal zu hören, was gibt es Neues im Leben dieser Frau? Also gibt es mehr Stress? Ist neuer Sport hinzugekommen? Andere Ernährungsgewohnheiten? Gibt es eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die diagnostiziert wurde? Gibt es irgendwelche anderen zehrenden Erkrankungen? Irgendeine andere Therapie, Medikamente? Etc. Etc. Ich könnte die Liste noch unzählige Punkte weiter fortführen. Es ist also wichtig, gut zuzuhören, was die Frau mir erzählt. Und wenn sie erzählt, alles wie immer, alles gleich geblieben, ja, dann muss man wirklich aufhorchen, was ist denn da jetzt auf einmal los? Denn meistens findet sich in diesem Ananese-Gespräch schon 1, 2 Punkte, die einfach eine Erklärung sein könnten. Aber natürlich gehört eine gute Untersuchung dazu, gerade auch, wenn wir über Zysten nachdenken oder andere Tumore, die irgendwo draufdrücken könnten. Also eine gute gynäkologische Untersuchung ist natürlich auch ganz wichtig mit einer Ultraschalluntersuchung, auch wenn wir wieder an das PCO-Syndrom denken. Was auch dazu gehört, was immer noch eine Schwierigkeit ist, in der 0815-Praxis, weil es sehr viel Geld kostet und nicht weiß, muss ich das jetzt als Praxis zahlen? Muss es die Patientin als Selbstzahlerleistung zahlen? Zahlt sie überhaupt die Krankenkasse? Kriegt man Ärger? Ganz, ganz schlimmes politisches Thema. Aber natürlich gehört eine gute Basishormondiagnostik dazu. Liste ich euch aber auf, eine ganze Palette und deswegen kommt natürlich auch ein sportlicher Preis zustande. Aber auch hier muss wirklich diese ganzen Systeme, was ich gesagt habe, Nebenniere, Schilddrüse, auch hier oben, das mit dem Prolaktin, das muss alles abgeklärt werden. Und natürlich auch die ganzen Hormone, die für die Frau wichtig sind. Und je nach Ergebnis von diesen ganzen Untersuchungen muss da natürlich auch entsprechend eine Therapie erfolgen. Und das ist jetzt für mich natürlich in diesem Video wahnsinnig schwierig, weil PCO-Syndrom wird ja komplett anders therapiert als eine primäre ovarielle Insuffizienz, wie eine Essstörung, wie eine Hyperprolaktämie, weil man einen Hypophysenadenom hat, also einen kleinen Tumor im Gehirn. Deswegen ist das natürlich sehr nischig. Aber meistens findet man durch so eine Basisdiagnostik einen Grund raus. Also in 90% der Fälle. Und da muss man halt gucken, wie sieht eine Therapie aus. Wichtig für euch als Take-Home-Message ist einfach, drei Monate, okay, kann man sich mal geben, wenn ich vorher einen regelmäßigen Zyklus hatte. Sechs Monate, wenn er unregelmäßig ist, okay, dann muss ich es mal abklären. Also muss ich hier die Therapie einfach abkürzen beziehungsweise sagen, das ist natürlich ganz individuell. Aber ich habe gesehen, dich hat das PCO-Thema doch ein bisschen getriggert. Dann darfst du dir das Video natürlich sehr gerne anschauen. Und ja, die Stresskeule. Willst du es nochmal ganz genau erklärt bekommen? Schau dir unten das Video an. Und was du natürlich machen solltest, damit ich dir helfen kann, euch besser selbst zu helfen, dass du hier ein Abo dalässt, dann kann ich mehr von diesen Themen besprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß. Bis dann und tschüss.